Dembe, 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 dem... Oh, ein Rastfaktion hier! Bonio, meine Freunde, der leichten und seichten Unterhaltung und willkommen zu Sturm... To the Toppy! To the Toppy, Sturpy, 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 Sturpy! Wie ihr im Hintergrund sehen könnt, ist meine Map nach wie vor nicht geladen. Wir zocken jetzt aber trotzdem mal wieder eine Runde QSG und ich hüpfe an die Wand, damit ist alles okay. Aber es ist sehr schön hier hinter. Ich möchte dich küssen. Okay, wie immer geht es darum in diesem Format? Normale Leute würden diesen Anfang neu machen, weil sie es sich auch versprechen. Ich nicht, ich bin anders. Abonniert meinen Kanal und liked dieses Video. Es geht wie immer darum, dass ich unter die Top 10 der QSG-Rangliste probiere zu kommen, was definitiv ein sehr, sehr mögliches Vorhaben ist. Und deswegen gibt es jetzt erstmal das Ranking, damit ihr sehen könnt, wo ich momentan stehe. Dann drei Runden, in denen wir nochmal ein bisschen zocken und probieren, ins Erdmatch zu kommen. Boah, das schwabbelt voll, Alter. Und dann gucken wir nochmal das Ranking und dann geht es in die Fails, diese Aufnahme-Session. Wie gesagt, wenn euch das Video gefällt, dann könnt ihr gerne Applaus machen und kräftig liken. Denn ab so und so vielen Likes esse ich Minecraft, Fledermäuse, Minecraft. So, viel Spaß beim Ranking. So, momentan sind wir auf Position 236, haben 92.720 Punkte, 2076 Kids, 620 Deaths, eine KD von 3,35, 98 Spiele gespielt, davon 256 gewonnen. Und eine Siegeswahrscheinlichkeit, die steht da zwar nicht, die sage ich aber immer dazu, von 28,76%. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der ersten Runde. So, und da sind wir auch schon in der ersten Runde angelangt. Und, ja, lass mal gucken. Mal gucken, hier drin, da drin, hier runter, da. Eins, zwei. So, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. So, bisschen mal aus der Schussrate bringen. Ach, nee, shit. Prolea, ja. Hast du Leitern? Warte. Boah, Alter, der kassiert, okay, aber der war gut. Finde ich da gerade nicht dran. Ähm, zack, 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 zack. Zumindest hat er kurz gut Damage gemacht und gut reagiert hier. Kurz hier, oh mein Gott. Okay. Oh, ich bin heute viel zu nervös für das Spiel, ich bin viel zu nervös für das Spiel. So. Bleiben wir mal, jetzt haben wir auf jeden Fall mal einen guten Demage. Indikatore. Oh Gott, hier ist jemand auf jeden Fall. Gut für Reg... Tö, 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 so. Bist du Rüstung in the game? Now we need the file and zest to the three. And then we are ready to do this. Ready to go. Ready to go. Aua. Ich habe gerade was weggebrochen. War nicht so intelligent, aber Intelligenz zeichnet mich ja auch nicht aus unbedingt. Dann eher... Fisch. Fisch zeichnet mich aus eigentlich. Wenn man mich, wenn man mich kennenlernt, denkt man, uh, ist aber... Fisch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Drei Hits. Jetzt haben wir seinen Demage zurückgekriegt. Alter. Wo zur Hölle sind denn Menschen hier? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich laufe an allem vorbei. Hier ist jetzt ein leichter Kill gewesen. Wo ist denn der Typ? Über mir ist doch gerade einer lang gelaufen. Wann bin ich... Sag mal, bin ich... B-B-Krieg lang gelaufen. Warte, Scheidugi, du der Bess. Ähm. Entschuldigen Sie bitte. Wo sind Sie genau hin? Können Sie mir das kurz klar? Tick, 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 tick. Das macht man so. Das ist ein neues Ding. Das ist ein neues, hippes Ding. Wenn ihr davon noch nicht gehört habt, man macht das jetzt so. Tick, 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 tick. Ganz ehrlich, ich laufe doch hier im Kreis. Ich werde verrückt. Wahnsinnig ist, wenn man etwas immer wieder probiert. So, und ein anderes Ergebnis. Oh mein Gott. Ich habe eigentlich gar kein Essen mehr. Fällt mir gerade mal so auf. Semi-coole Aktion. Semi-coole Aktion. Sagen wir, laufen die immer noch im Kreis? Die ja irgendwie stögen. Hier bin ich ja hergekommen, kann ich die kaputt machen? Nö, das besser als nix, wenn es gleich drauf ankommt, dann heulen wir nämlich rum wenn wir das Essen brauchen hier sind aber auch noch voll für die Kisten ungelootet ungelootet da ist es natürlich gelootet jetzt an der richtig merkwürdigsten Stelle aller Zeiten oben ist noch was drin aber we need more Rache für ein Schwert Rache für ein Schwert Rache für ein Schwert Rache Rache so, Dach Geschoss hängen oh, habe ich ihn genommen jetzt? Nee, oh no Hi Papi, bleib jetzt erstmal kurz mal blöde Hi, hi Ah, okay Alle irgendwie mit so einer Diamantschester am Start ist ein bisschen irritierend aber voll reingelaufen, Alter muss mich natürlich auch erstmal ein bisschen Distanz aufbauen, wollte ich sagen Alter, wie einfach alle noch leben So, warte hier der hat schreibt Hilfe selber schuld, wenn man nix findet in der Runde da muss man sich nicht verstecken denn wenn man sich nicht versteckt findet man auf jeden Fall was Oh nee, Alter Ich habe halt nur noch ein dummes Steak Och, komm jetzt Kann ich dein Ernst sein? Er sieht es jetzt? Wie mache ich das taktisch? Wie mache ich das taktisch? Ich probiere dann wegzulaufen Er hat einfach immer noch nichts Du hast doch was Sie verarschen? Ich denke, es ist einfach, was ich von ihm möchte ist einfach sein Ähm Okay, jetzt werde ich es essen Dann werde ich probieren So wenig wie möglich zu laufen Und zu recken dadurch Denn, äh Ab jetzt haben wir offiziell nichts mehr zu essen Recken 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 Die sind natürlich jetzt auch nicht so auf Konfrontation bedacht Aber Papi muss mal So lang es geht Zumindest mit dem kleinen Steak Was wir noch hatten Irgendwie recken Und dann direkt auf den Typen drauf gehen Falls die sich klatschen sollten Ich glaube, das sieht Ja, nee Das wäre jetzt Der Fall Gucken Ich will nicht hinterbleiben Voll recken Ey, ich muss das super taktisch machen Ohne Essen Richtig kompliziertes Unterfangen Nicht, nicht, nicht Ich will nicht, dass der Typ mich sieht Naja, ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass ich da bin Shit Okay Voll gereckt Ich kann halt nicht mehr recken dann jetzt, ne Also jetzt habe ich noch volle Leben Okay, er hat es auf jeden Fall gecheckt So, ähm Jetzt werde ich von hinten Nee Okay Zack Runter Kommt jemand nach Nee Er hat halt Bock auf den Fight Weißt du Er ist halt so ein Angel-Faggot Der Der rumrotzt die ganze Zeit Aber ich muss glaube ich auch mal ein bisschen mit der Angel arbeiten Jetzt werde ich halt abgestaubt Ich darf nicht viele Leben verlieren für den letzten Kampf, falls ich das gewinnen sollte In irgendeiner Form Oder falls, falls ein Typ sterben sollte Ich probiere jetzt ihn einfach mal anzugehen Er ist ja heiß auf dem Kampf Oh, er ist aber Viel Damage Gut Essen Jetzt geht es natürlich drauf, du kleines Sackgesicht, Alter Boah, was ein Deathmatch, Alter Was ein Deathmatch Ganz ehrlich Ist richtig schön Ich chatte da, glaube ich, ein bisschen Aber das ist gut für mich Dann kann ich recken Uh, Vorteil Ähm Okay, er chatte nicht 90 Sekunden ist Deathmatch zu Ende Alter, wie kann man so defensiv und dämlich spielen Also, ganz ehrlich Das ist ja der ätzendste, langweiligste Spielstil aller Zeiten Er ist die ganze Zeit nur so dumm mit der Angel unterwegs Extrem nervig Ich habe leider keine Pfeile mitgenommen Oh, ernsthaft, Junge Also, es ist einfach nur schlecht, oder? Also, ich meine Ich will mich natürlich nicht wieder über diese Angel Ich habe ja selber gesagt Man muss damit auch irgendwie klarkommen Aber die ganze Zeit nur dieses dumm rumgegangen Es ist fast zu Ende Weil der Typ so defensiv gespielt hat Also, es ist halt einfach so der lameste Spielstil aller Zeiten Komm, lass doch wenigstens nochmal im Endfight irgendwie ein bisschen draufgehen jetzt Ich weiß, dass du recken willst Oh, Junge Oh, Junge, hast du ein Problem Die Angel ist doch auch gleich kaputt, oder? In der Zeit, wo du reckst Ist ja schon klar, dass ich auch regge, ne? Oh, Alter Unentschieden, ernsthaft Er wäre der lameste Motherfucker aller Zeiten 30 Sekunden Nicht dein Ernst, Alter Nicht dein fucking Ernst, Junge Wie gay man spielen kann Ja, komm runter Bitte, ich verliere es Oh, ist das so ein Scheiß gewesen Das war nicht mal ein guter Game Dafür kriegt er keinen GG von mir Dafür kriegt er keinen GG von mir Das war der lameste Scheißdreck aller Zeiten So, wir sehen uns in der zweiten Runde wieder So, da sind wir auch schon in der zweiten Runde Bin ich nicht gelegt, da hat wieder einer nur die ganze Zeit rumgespasselt Und weiß wieder, dass ich hier drin bin Ja, toll für dich Ähm So So Natürlich Natürlich Natürlich, sicher, Digga Oh Ähm, da hinten noch Gernes Schwert Kein Schwartikus Immer noch Oh Gott, oh Gott Oh Gott, Alter Gebowspampt Bis zum Schwert Da musste ich gerade ganz kurz tatsächlich mal die Luft anhalten Scheiße, Gebowspampt Wie die letzte Sackratte Bis der Tod war Alter Aber, muss man auch erstmal machen, meine Güte Also, Beowspam jetzt ist wieder Geheule hin oder her Ähm Leben ist Leben An der Stelle Bei aller Liebe Überleben ist Überleben Gute Stats sind gute Stats Oh mein Gott Ich bin nicht voll Oh Oh, fuck, Alter Oh mein Gott Oh mein fucking Gott, Alter Das ist jetzt aber hier Ordentliches, ordentliches Desaster im Amban Bitte kommt jetzt keiner mehr rein Alter, hat er Holzschwert Immer diese Holzschwerter Ich hasse es mit Holzschwertern zu spielen Man wird langsam schon total gewöhnt Ähm An an dieses ganze Holzschwert gebuselt. Ich bin höchstwahrscheinlich bald besser mit einem Holzschwert als mit normalen Sachen. Tatsächlich. Also mit einem Steinschwert oder mit einem Eisenschwert. Bin ich dann so, huch, was? Drei Schläge? Jemand ist tot? Sind übrigens, kurz mal die Frage, falls ich es bis hierhin geschafft habe, alle ähm alle Diaschwerter in den Deathmatches beseitigt worden? Weil ich, es gibt ja keine Wege mehr oder zumindest keine Chests mehr da, wo die normalerweise mal waren, eine ganze Zeit lang. Und das wundert mich, denn die Chests sind schön und zu toll. Hallo. Oh, ich dachte, du gehst da durch. Okay. Das ist natürlich nicht gut. Oh, hi. Du machst mehr Damage als ich. Deswegen brauche ich mehr Hits. Och, nein. Jetzt hab ich ein Problem. Muss schnell weg. Werde verfolgt. Und hab ein großes Problem. Alter, ich kann diese Runde einfach nicht kommentieren. Ich bin einfach viel zu schlecht momentan, um ansatzweise nur das wiederzuspiegeln, was gerade hier abgeht in mir. Ich bin richtig, richtig nervös. Ich weiß gar nicht, was heute los ist. Meine Beine sind am Fibbeln. Die ganze Zeit bin ich so ein richtiger Fibbler geworden. So, wird Steinschwert mal machen. Das wollte ich die ganze Zeit machen. Deathmatch in 30 Sekunden. Lekomio in Le Archio. Warte. Und... Keiner kommt. Oh Gott, Alter. Was zur Hölle? Stein? Ne. Ich hoffe, dass es nicht so lame wird wie der Spacko beim ersten Deathmatch. Also, wie gesagt, ich möchte immer, ne? Ich hab ja auch gerade gebo-spamt am Anfang der Runde. Und bo-spam ist ja auch okay. So, ich bin jetzt im Deathmatch. Ich bin nicht direkt gestorben. Ich hab Leute killen können, meine KD verbessern können. Bo-spam hat mich zu einem erfolgreicheren Ergebnis gebracht. Heißt es, bo-spam juckt mich nicht. Juckt mich nicht. Ist in keiner Regel, dass man es nicht machen darf. Ähm, von daher. Ist mir egal. Genau das gleiche gilt aber auch. Ähm, oder sollte gelten für Angelspieler. Also, das heißt... Oh, da ist ein Goldapfel genommen. Das ist natürlich jetzt critical. Ähm, das heißt, wenn jemand jetzt so spielt wie er, ist ja anscheinend auch wieder ein Angelspieler, muss ich mich natürlich eigentlich so regelkonformmäßig, zumindest nach meiner Regelung, auch nicht darüber aufregen. Oder sollte ich, oder dürfte ich zumindest nicht. Du hast zwei Leben mehr als ich und ich bin sehr nah an dir dran. Nicht gut. Warte, ich geh kurz weg. Der hat nämlich, äh, durch seinen scheiß goldenen Apfel, durch den jetzt erstmal wieder die Leben runterklopfen. Alter, wie er am hängen ist. Okay, er ist nicht da. Hm. Ja, zwei Stück. Jetzt hat er auf jeden Fall wieder die Bonusleben wenigstens weg. Alter. Wie er ruckelt. Die Widerlichkeit in Person, Mann. Das... Aber bitte angel mich nicht wieder. Jetzt wieder die gleiche, sogar die gleiche Deathmatch-Map. Oh, Alter. Da ist das Ding. GG. Boah, Alter, was eine Runde. Das war, glaube ich, mit einer der besten, auf jeden Fall spannendsten Runden im, äh, QSG, die ich gespielt habe seit langem. Lecku Mio, Alter. Dritte Runde. So, da sind wir auch schon in der dritten Runde. Wir spielen noch einmal Mansion. Ich habe richtig schlechte Laune inzwischen. Weil ich die ganze Zeit extrem verkacke. Also, glaube, zehnte Runde. Zehntes Mal. Ist wahrscheinlich wieder kein Glück jetzt. Miteinander. Letzte Runde immer weggerotzt worden. Auf die schlimmsten Arten und Weisen. So ungefähr, wie ich das jetzt hier mit ihm mache. So sahen meine letzten Runden aus. Auch immer so, ich hasse das, so unfähig zu sein, wisst ihr? So, dass man sich nicht dagegen wehren kann. So, jetzt alle mal die Schwerter weggelootet. Komm her, komm her, komm her. Ja, genau. Ja, genau, komm. Ich kann mich beide mal am Arsch lecken hier. Beide mal am Arsch lecken. Zack, zack, zack. Alter, ey. Ich raste gleich richtig aus, ne? Ich kann nichts mehr. Ich bin richtig, richtig am Eskalieren. Stats richtig ruiniert. Runden richtig ruiniert. Spaß ist komplett raus. Ich bin richtig am Agro sein, Alter. Der Typ ist auch den total am Tod hustlen. Jetzt soll ich mich hier schön in die Ecke stellen. Muss einigermaßen probieren auszubaden. Alter, Leute. Ohne Mist. Es gibt Punkte, an denen war ich bis jetzt angepisst. Es gibt Punkte, an denen hatte ich keinen Bock mehr. Aber es gab noch nie so einen Punkt wie heute, dass ich tatsächlich richtig wütend werde, weil ich nichts gegen die Tode unternehmen kann. Ihr werdet das nachher in den Deathmatch, äh, in den Fails, schön sehen können. Und das wird auch bestimmt witzig sein. Nein, aber mich bringt das gerade zur Weißglut, Alter. So richtig dumme Tode und auch einfach Pech. So, weißt du, das war so das Schlimme daran. Bitte. So, was gerade eben jetzt passiert wäre, ich hoffe, dass ich jetzt einfach ins Deathmatch komme, ist, dass der Typ hier durchgelaufen wäre und mich mit zwei Schlägen gefickt hätte, sodass ich nichts hätte machen können. So, drei Leute leben noch mit den beiden, nur die da vorne, die machen sich so schön damage. Oh, jetzt ist er auch nochmal damage bekommen. Puh, Hauptsache, das ist jetzt erstmal über die Kette gebracht. Außer Server lag jetzt. Okay. Oh, Hilfe, Alter, Leute. Tod und fair fucking dare, Ben. Hi. Sagt dazu nix. Sagt dazu nix. Er ist reingefallen, er ist auf K. Okay, gut. Aber wenigstens nimmt das mit Humor da in der Laber, Alter. Gut. So ein bisschen hier hinstellen. Kann man treffen. Macht er aber nicht. Gut, sind wir bei den Hit. So, perfekt, Alter. GG, ey. Ich bin richtig ausgerastet gerade. Ich bin froh, dass das heute vorbei ist. Und ich muss noch so viel erledigen. Jetzt muss ich ganz schnell in die Schnibbelei gehen. Und dann sage ich euch jetzt mal, super, super liebst. Sorry für regionalenlosen Hass jetzt. Ihr seht jetzt gleich, warum. Jetzt kommt nämlich erstmal das Ranking für die Leute, die es vielleicht zum ersten Mal gucken. Und dann geht es in die Fails dieser Aufnahmesession. Und da seht ihr, warum ich dann so unglaublich schlechte Laune hatte auf einmal. Oh mein Gott, wie behindert das war heute. Na, dennoch. Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann viel Spaß jetzt noch beim Abschlussranking. So, wir sind auf Platz 231. Wir haben 93.560 Punkte. 2.098 Kills. 633 Death. Eine KD, wie gesagt, von 3,31. Da war total der Wurm drin gerade. 905 Spiele gespielt. Davon 258 gewonnen. Und eine Siegeswahrscheinlichkeit, die steht da wie immer nicht dabei. Sag ich aber dazu von 28,51%. Viel Spaß bei den Fails. Oh ne, er macht good damage. Noch einer kommt in den Arsch. Ja! Jetzt lau ich weg. Oh, na jetzt bin ich wirklich hit. Oh, jetzt, das ist mein Tod. Das ist mein Tod. Och, ficken! Ja, ja. Mehr brauche ich nicht. Komm, komm, komm. Zieh, 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 zieh. Oh mein Gott. Ich bin tot. Aber. Ne, keinen mehr getötet. Guck mal, Konfrontation ist ja aus. Und zerfickt mich einfach. Und zerfickt mich einfach. What the fuck, Alter. Noch kein Schwert. Ja, komm. Ja, fick dich einfach. Drei Runden lang. Kein Schwert in sieben Kisten, Alter. Ne Hassrunde. Ja, komm. Ja, komm. Voller Hass, Alter. Voller Hass. Ich geh jetzt erstmal auf Klo. Mann! Guck mal, jetzt haben wir nicht Enderman. Jetzt haben wir Endergame, der mich sowas mit ner fucking Aura wegrotzt. Ich bin down. Und ich bin wieder down, Alter. Wie man einen so wegficken kann, ist mir unglaublich. Picken, Alter. Oh, Alter. Wie er es direkt gecheckt hat? Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Wie zur Hölle kannst du das direkt checken? Ich bin doch am Sneaken, Junge. Wir machen es einfach mal hier. Eisenschwert natürlich, Eisenschwert natürlich. Wie könnte es anders sein? Eisenschwert natürlich. Sechste Runde hintereinander. Richtig dumm gefickt worden. Ohne, dass ich was dagegen unternehmen kann. Sechste Runde hintereinander. Ich raste aus. Das haben wir auch. Gute Rüstung. Dann halt eben so falsch zu machen. Und jetzt bin ich wieder todesmäßig. Neu erklären. Geilo! Gute Rüstung. Gute Rüstung. Bis zum nächsten Mal.